so hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen motovlog heute bin ich wieder unterwegs mit der olga und unterwegs mit einem kumpel ja und heute ist es soweit ich möchte endlich release mit diesem ding schaffen ich gehe hier heute erst weg wenn ich das kann ja und jetzt gucken wir mal wie geht das also kummel meint ich muss sich ganz hinter also warte 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 ich habe ein seitenständer so gepäckträger da kann ich mich drauf stellen das geht aber nicht gescheit da komme ich nicht drauf da komme ich am fuß nicht rein wie geht denn das man das muss doch irgendwie klappen ich habe mich mal so richtig weit hinter kommt jemand das richtig ist so ein ganz kleines stück kommt immer nur hoch es geht nicht das springt immer nur so wie soll das bitte gehen ich verstehe das nicht habe ich gesagt ich gehe hier erst weg wenn das heute klappt es ist unmöglich meiner nach ist das unmöglich wie soll das denn klappen es nieselt heute ein bisschen ich hoffe ihr seht wenigstens was der muss natürlich nicht lumpen lassen trotzdem eine runde zu fahren ja ich wollte eigentlich dahinter ich glaube hier geht das lang oder ja ja doch oder war doch scheiß doch man sind heute rebellen das ist natürlich auch perfektes wetter aber ich möchte noch mal überlegen wie kriegt man denn bitte dieses ding überhaupt hoch ich hoffe ihr seht was man okay weil das problem ist viel weiter hinter kann ich halt nicht mehr und ich bin ja schon quasi hinter ich kann mich gleich mal auf den gepäckträger setzen und dann noch mal versuchen weil anders wüsste ich nicht wie das geht so jetzt versuchen wir es hier noch mal also ich habe mich hier richtig weit hinter die springt halt immer nur so ein bisschen das soll sie ja nicht die soll ja es geht doch gar nicht wie soll es gehen wann vielleicht nicht schwer genug und die hinter zu ziehen ich weiß es nicht ich glaube das hier war ein einwandstraße kann es sein ich habe doch schon fast hinterm hinter reifen oder ja so gut wie warte mal warte mal warte mal jetzt hat sich was getan soll muss die klappe wieder zu machen ich hoffe ihr seht was das geht doch gar nicht es geht nicht ich kann mit dem ding nur slide das ist die leistung das ist die leistung das ist die leistung helde und wie gesagt das mit dem wheelies machen mit der olga weiß ich echt noch nicht wie ich das schaffen soll kann aber ich saß soweit jetzt hinten gleich mal in der erde also wie ich das mit wheelies machen soll weiß ich noch nicht keine ahnung muss ich noch mal mit einem freund reden der das anscheinend geschafft also naja auf jeden fall sag ich dann mal dank fürs zugucken und wir sehen uns dann im nächsten motorblog vielleicht wieder mit der olga vielleicht kann ich bis dahin willies bis dahin dann auf jeden fall tschüss und bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss